Hallo und Willkommen zurück zu Let's Map. Heute wollen wir mit dem Script anfangen. Ich habe schon was vorbereitet. Also als erstes machen wir mal den Winter aus. Moment. Technologien verbieten hier. Und was? Mv1-RM9? Doch hier rein. Das kommt hier rein. Und den Namen? Wo haben wir? Winter? 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 Ah, ist das Siebautruz hier? Ich habe es gerade eben noch gehabt, aber ich kann es nie erzeugen, so hieß es. Und dann Komma 1. Ihr solltet Spieler 1 keines Winter merken können, muss Brücken bauen. Ok. Als nächstes vielleicht die Truppen. Also hier auf den Inseln. Da wollen es mit dem Namen, die Türme. Türmenleben ist besser. So. Auf 2. Auf 4. Achja. Damit wir das Map sehen. Müssen wir besser weg machen, aber die Tests sind ganz gut. Einfügen. Okay, dann leg ich meine Funktion an. Wie nenne ich die? Gruppen. Gruppen. Table. Hier werden die Gastronomen in ein Table geschrieben. Eben. Lehm. Gruppen. Gleis. Das hier. Moment. Table. Table. Insert war es, oder? Table. Insert war es, oder? Table. Insert. Oder? 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 Da muss ich mir noch Zeit angeben, wie viele Truppen das sind. Kann ich einfach nur einen Namen nehmen. Wie machen sie? Und das umsetzen? Ahja. Einfach noch ein Table da rein. Name. Isle. Hä? Hab ich das erst ausgeschaltet? Ich bin glaub ich auf die Flugmutstaste gekommen. Oder so. Warum auch immer. Ich glaub da komm ich mir später drum. Keine Ahnung. Ich bin glaub irgendwie auf eine falsche Straße gekommen. Also dann. Ich hab ja noch Imposer, von daher. Das nicht mal. Also der Name soll gleich. Und die Anzahl. Sagen wir mal. Vier. Sagen wir mal, was der Sektor soll. Wo das so funktionieren. Wenn der mal gestartet ist. Ich glaub jetzt da hat er im Hintergrund irgendwie. Gut. Mach erstmal weiter. Ich glaub ich fülle den einfach nochmal Schleiß hinzu. Die Truppen werden zugefüllen. Die Truppen werden zugefüllen. Dürt. Wie machen wir den müssen? Also. Wenn der Turm zerstört ist. Da ist der Turm liegen. Dann soll der Simplesoft beendet werden. Okay ansonsten. So. Der Tabel ausgelegt werden mit den Lehmtufen. Dann. 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 ist dann du also kopieren ach ja stimmt, wir haben dir noch keinen Namen gegeben machen wir uns Namen einfach mal Art und hier dann noch Name gleich geben ein Name gleich die nächste mal lebensfall das ich erstmal will ok während der die Truppen durchgeht sollte abfragen wenn einer von Tod ist sollte sollte um ja es wird Tro Tro und ta und da drin die Name ich schrei muss ich glaube das hat Menschen machen ich bin auch grad unsicher aber die 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 angegeben wurde die hier oben die 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 das riesige innere das riesige innere ähm Moment hier kann man es nicht suchen die 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 in die Moment, weiß es, das hier. Leben, Spawn. Okay, und die soll die Anzahl haben, die hier angegeben wurde, und den Typ, den hier angegeben wurde, da die Art. Aber es ist jetzt mal ein Typ, ist alles egal. Typ, kündig besser als Art. Moment. Moment. Ich glaube, dass hier kommt und ich bin zu leer saßen, klar. Deshalb nicht kontrolliert. Probieren wir es einfach mal. Okay. Immer noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall leer saßen drin. Daran wäre es wohl liegen. Aber das könnte funktionieren. Und mit denen versorgen, lassen wir einfach mal grafen fest. Ein paar Trübschen. Die sind einfach Helden. Habe ich sie eh schon drin? Natürlich nicht. Oh Gott, nein. Gott, ich will jetzt 2 für 1 haben. Dann sollte ich Tupen schnell killen können. Und das beißern. Und hier fortieren. Um das Problem dann in den Zerkommission nachher. Wie ist es drin? Ist einfach geschlossen. Oh, kann ich vergessen. Muss ich auch noch aufrufen. Ich glaube, PS5 muss auch noch selbst werden. Sonst gibt es den Error. Aber ich glaube, er ist eher hier. Am Ende. Wo haben wir... Ich habe gerade einen Inted gekillt. Irgendwas, das hat er auch gesehen. Keine Ahnung. Ich habe alles auf einen. Ich glaube, ein Hauptaktier braucht er auch. Dann sage ich es einfach mal. Leben Turm. Oder was Turm Leben. Was war es nochmal? Das war es jetzt nicht. Turm Leben war. Was ist überall richtig? Ich habe auch nämlich ein Hauptquartier. Ist einfach mal geil für den Anfang. Ist nur für den Testen. Die werden zwar nichts machen. Weil er eine Reihe von 1 haben. Aber trotzdem... Wir werden auch nur gucken, um sie nachzubauen. Was ist denn? Wir werden mal testen. Warten, wie gesagt. Ich glaube, ich höre keinen Ton beim Spiel. Ist aber egal. Dann guck ich mal. Ich weiß echt nicht, ob er Ton hört. Aber sollte einfach nicht egal sein. Dann gucken wir mal, was er macht. Deine Glanzheiten weiß nur mal nichts Gutes. Hast du irgendwo eine Fille eingebaut? Ich habe was nicht gesporen. Wom auch immer. Soll einfach gespawnt werden. Soll einfach gespawnt werden. Hab ich ja was? Ich habe ja was für dich. Moment. Wo ist denn der Ordner? Ich habe jetzt mal den Cloud angelegt. Ich suche gerade. Hier. Okay. Und wie ist das andere? Also. Weil hier. Sie kann jetzt. Das nur sollte der Stack funktionieren. Das ist der Stack. Ich habe jetzt. Warum? Ich habe das nicht. Wuppe, das Menü hier nicht. Keiner weiß was ich da falsch gemacht hab. Kann mir ein bisschen aufnehmen. Alter, es ist keine Ahnung. Gucken wir mal, ob das hier nicht funktioniert. Also, ich meine es noch funktioniert, neben dem Test. Ach, sehr gut, sogar. Danke, keiner. Was ich noch machen könnte. Hier auch nicht grün. Ich könnte auch grün aus dem Pferd suchen. Aber sonst, bin ich hier mal die Folge vorsichtig. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja.